Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und wir sind heute bei Airbus in Bremen und hier wird das European Service Modul für das Artemis-Programm gebaut. Und das schauen wir uns heute an. Ja, ich habe noch einen Interviewgast, Matthias Gronowski und der ist der Chefingenieur für das Orion ESM. Und ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit genommen hat, weil den kann ich jetzt mit technischen Fragen löchern, die euch ja besonders interessieren. Ein ziemlich abgefahrenes Raumschiff geht ja aufs ATV zurück. Kannst du so aus dem FF sagen, was der größte Unterschied ist oder sagst du, okay, das ist jetzt ganz anders bei dem ESM im Vergleich zum ATV? Also wenn man das von ganz weit außen betrachtet, glaube ich, ist es gar nicht so viel anders. Wenn man dann aber wirklich in die Details geht, da ist nicht mehr viel von dem, was wir bei ATV damals entwickelt haben und designt haben, übrig geblieben. Es sind ein paar Komponenten, die wir noch an Bord haben, Triebwerke, ein paar Tanks. Aber im Kern, wenn man dann doch reinschaut, die Architektur, die ist dann doch eine deutlich andere als das, was wir damals bei ATV designt haben. Bei dem ATV war es ja auch so, das sollte ja an die internationalen Raumstationen andocken. Das war im Prinzip wirklich auch ein komplettes Raumschiff, sage ich jetzt mal. Hier würde ich sagen, wenn man es runterdampfen müsste, dann ist es das Lebenserhaltungssystem für Orion und der Antrieb, um zum Mond zu kommen. Was würdest du sagen, war das anspruchsvollste System? Also erstmal grundsätzlich ist ja auch das Orion in einer ursprünglichen Idee als Raumschiff entwickelt worden, auf dem Papier, um zur Station zu fliegen. Das heißt, in unseren Requirements und unserem Anforderungshandbuch haben wir eine ganze Menge Requirements noch drin gehabt, Richtung Station, 210 Tage und dann auch Docken. Das ist jetzt über die Entwicklungszeit hinweg rausgefallen. Damit ist das gesamte Raumschiff jetzt wirklich konzipiert, Richtung Mond zu fliegen und dann auch dort eine Station anzufliegen. Aber im Kern, wenn wir uns das so anschauen, das reine ESM kommt mit wirklich so fünf Hauptfunktionen quasi aus, die es dem gesamten Raumschiff mitgibt. Das ist auf der einen Seite natürlich die gesamte Strukturkomponente. Wir sind eigentlich sozusagen das Unterhaus von dem gesamten Raumschiff. Ich sage immer, das hier oben, was wir hier sehen, das ist unser Penthouse. Und wir müssen irgendwo sehen, dass wir beim Starten halt auch zusehen, dass dieses Penthouse noch irgendwie Halt findet und nicht einfach durchrutscht durch den gesamten Träger. Also das ist die gesamte Strukturkette, die wir da im Endeffekt im ESM implementiert haben. Zweites Hauptthema natürlich und das ist eigentlich das Allerwichtigste ist, wir sind die Antriebsstufe, die wirkliche Antriebseinheit, die das Gerät dann auf den Weg Richtung Mond bringt und dann auch natürlich um den Mond zur Station, zum Lunar Gateway in Zukunft oder dann eben auch vom Mond wieder zurück Richtung Erdorbit. Dafür haben wir eine ganze Menge Triebwerke an Bord. Wir sind insgesamt mit 33 Triebwerken ausgestattet. Davon ist eines das Haupttriebwerk. Um dieses Haupttriebwerk, das sage ich immer so ein bisschen salopp, haben wir eigentlich das gesamte ESM gebaut. Also das ist ein Triebwerk, was schon seit Ewigkeiten geflogen ist. Das ist ein Triebwerk, was in der Shuttle-Ära quasi als Orbiter-Manüver-Engine eingesetzt wurde. Und die Triebwerke, die wir verbauen, sind auch wirklich schon Elemente, die geflogen sind. Also das erste Triebwerk ist, glaube ich, 16 Mal auf Shuttle-Missionen unterwegs gewesen, was wir jetzt bei ESM-1 eingebaut haben. Dann haben wir als dritte Hauptfunktion, wir bieten natürlich das gesamte Lebenserhaltungssystem oder einen Großteil davon. Wir transportieren das Wasser für die Astronauten in unserem ESM mit und tragen dafür Sorge, dass natürlich die Astronauten auch dieses Wasser dann irgendwie konsumieren können. Aber eben auch für die Kabine Sauerstoff und Stickstoff, den wir dann bereitstellen. Die Tanks haben wir entsprechend mit an Bord und werden dann halt auch so befüllt. Ja, und dann haben wir unser Power-Subsystem. Das heißt also, wir sind im Kern diejenigen, die die gesamte Energie, elektrische Energie erzeugen. Wir erzeugen mit den Solargeneratoren, die vier, die wir mitfliegen, 11 Kilowatt an Power. Und der Großteil dieser Energie geht natürlich hier oben ins Crew-Modul, in die Batterien. Und dann eben auch vieles, was die Astronauten dann eben auch benutzen. Ein Teil bleibt bei uns im ESM, weil natürlich auch unsere Elektronikboxen irgendwo mit Power versorgt werden müssen. Und daneben sind wir dann natürlich auch noch die Klimaanlage, sage ich immer, also der ganze Thermalhaushalt. Das ist so diese fünfte Komponente. Das heißt, alles, was an Wärme hier oben in dem Crew-Modul generiert wird, das übernehmen wir dann und geben das dann nach außen in das Umfeld ab über unsere Radiatoren. Das heißt, das ganze ESM ist ja eine Außenhaut, eigentlich ein kompletter Radiator, um die Wärme eben nach außen abzugeben. Und auf der anderen Seite sehen wir zu, dass unsere Komponenten natürlich intern auch genügend aufgewärmt sind, geheizt sind. Das bedeutet, dass unsere Propellentanks, unsere Tanks, die, ich sage mal, zusehen, dass wir am Einlass des Triebwerks, den den Treibstoff auch haben, entsprechend den Treibstoff vorwärmen, sodass er in extrem kalten Fällen eben auch vorgewärmt ist oder aufbereitet ist. Weil er diese Betriebsbedingungen braucht? Weil der Treibstoff natürlich gewisse Randbedingungen, Betriebsbedingungen braucht. Und wenn man sich das Missionsszenario anguckt vom ESM, dann sieht man relativ schnell, dass wir sehr, sehr warme Temperaturbereiche erfahren werden, aber auch sehr, sehr kalte. Also diese Mission, die die NASA vorhat mit unserem, mit dem gesamten Raumschiff natürlich und auch mit dem ESM, sind dann Missionen, die gehen weit hinter den Mond. Die sind eine ganze Zeit lang im Mondschatten. Das heißt, wir sehen keine Sonne. Es wird extrem kalt. Und in den extrem kalten Situationen muss man halt Sorge dafür tragen, dass, wenn wir uns dann aus diesem Bereich auch wieder rausbewegen, dass am Triebwerkseinlass dann der Treibstoff auch die entsprechende Temperatur hat. Und diese kalten Temperaturen, das war auch wirklich so ein Hauptthema für unsere Solargeneratoren. Also wir haben die qualifiziert bis minus 180 Grad. Das ist so der Bereich, auf den wir dann gehen mussten. Und da sind wir dann glücklicherweise in einem Bereich auch drin gewesen, wo wir dann am Ende gesagt haben, finden wir überhaupt noch eine Thermalkammer? Und auf der anderen Seite ist im Konzern bei Airbus gerade Juice auch ein Thema. Und Juice geht in ähnliche Temperaturbereiche, natürlich auch mit den Solargeneratoren. Und das hat viel, viel geholfen nachher auch in der gesamten Zusammenarbeit, da entsprechend auch die Testfacilities zu finden. Das ist nicht ganz so einfach. Ingenieure setzen oder denen setzt man Randbedingungen vor und die sind dann kreativ mit ihrem technischen Know-how. Bauen sie dann eine Lösung. Wie weit ist es denn hier? Also ich meine, es ist ja ein Riesenprojekt. Also das Artemis-Programm, die Amerikaner oder der NASA hat im Prinzip von der Politik den Auftrag gekriegt, wieder zum Mond zu fliegen. Und die NASA hat Hauptauftragnehmer, Unterlieferanten. Und dann gibt es dann zum ersten Mal, das im Prinzip bei einem missionskritischen Teil, die ein anderer Partner mit reingenommen wurde, die ESA, die gesagt hat, ja, wir würden was damit machen. Wir würden das Service-Modul bereitstellen. Und die hat das dann vergeben an, sag ich jetzt mal, Konsortium, wo im Prinzip Airbus hier die Endmontage übernimmt. Wie viel davon ist Airbus? Also das heißt, müsst ihr dann, setzt ihr Designs um? Oder ist es tatsächlich, das sind die Anforderungen, ihr baut darum dann das Service-Modul? Also es ist wirklich tatsächlich so erstmal, dass auf der amerikanischen Seite das gesamte Raumschiff in seinen Einzelkomponenten schon als Unterauftrag vergeben war. In einer sehr, sehr preliminären Designphase ist also das Service-Modul sogar von Lockheed Martin schon mal gedesignt worden. Wir sind relativ spät in Europa dazugekommen. Das heißt, die Amerikaner, NASA zusammen mit der ESA, sind dann über das Raumstationsprogramm ISS natürlich sehr eng verzahnt gewesen. Und über diese Situation ist es dann uns auch möglich gewesen, als Europäer wieder Platz zu finden in dem Mondprogramm. Und da hat die NASA wirklich die Entscheidung getroffen, dieses, wie du schon sagst, Mission-Critical-Element dann eben nach Europa zu vergeben. Das war relativ spät im gesamten Kontext, wenn man zurückschaut, der EFT-1-Flug 2014 von der Kapsel. Das war ja der erste Flug, der auf einer Delta IV Heavy dann entsprechend gezeigt hat, dass das Hitzeschutzschild funktioniert, dass die Kapsel in den Grundzügen funktioniert. Das ist ja noch mit einem Dummy von dem Service-Modul geflogen. Da hatten wir gerade eine Situation, wo wir durch das preliminäre Design gelaufen sind. Also alles auf Papier hier nur hatten, das Service-Modul 2014 und sind da relativ spät eingestiegen. Und da hat auf der einen Seite natürlich erstmal die Requirements-Lage gut geholfen. Das heißt, die Requirements, die Anforderungen, die wir von NASA bekommen haben, sind ja schon einmal so ein bisschen durch die Industrie, amerikanische Industrie, gespürt worden. Die sind dann hier Richtung Europa gekommen. Und wir sind nicht nur der Endintegrator natürlich von dem Service-Modul, wir sind auch der Hauptauftragnehmer und haben das Design dann auch komplett entwickelt. Und das ist hier am Standort entstanden. Und die einzelnen, ich sage mal, Elemente natürlich im Runterbruch sind dann in Europa verteilt worden. Erstens im Konzern, aber natürlich auch darüber hinaus. Viele, viele andere Firmen sind dabei. Und ich sage immer, das ist eine europäische Patchwork-Familie, in der wir uns, ich sage mal, in der Kommunikation auch wirklich helfen untereinander. Jeder geht mit anderen Elementenansätzen ran. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr nützlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch manchmal schwierig, dann irgendwie einen Konsens zu finden. Aber gerade diese Mischung macht es. Und die macht uns sehr, sehr erfolgreich da. Und die Gesamtkonstellation natürlich auch mit NASA zusammen, mit Lockheed Martin als Hauptauftragnehmer für das Raumschiff. Das ist, ich sage mal, im gesamten Kontext einfach nur auch ein Gewinn für uns gewesen. Wir treffen uns jetzt eigentlich alle drei Monate, haben wir auch hier wirklich große Meetings, wo dann auch technisch noch Themen durchgesprochen werden. Auch selbst jetzt noch, auch wenn wir jetzt in der Phase sind von ESM3, von dem European Service Module 3, wir haben viele Updates, die wir implementieren schon, die dann durchgesprochen werden, wo wir dann wirklich uns gegenseitig auch wieder helfen. Ich war im Cleanroom ja vorhin gewesen und das ist ja schon extrem dicht gepackt. Also da ist, gut, die Tanks sind, wenn man sich das hier vorstellt, machen die natürlich einen großen Teil aus. Und vom Gesamtgewicht später werden die Consumables in den großen Punkt nehmen. Und man hat das Gefühl, alles andere Systeme müssen sich irgendwie um diese Tanks drumherum schlängeln. Und dass das ganz schön viel Know-how erfordert, sich zu überlegen, wo lege ich welche Leitung hin und wo packe ich die Stromleitung oder die Treibstoffleitung hin. Und gibt es da von den einzelnen Versionen, also es sind jetzt, ich habe drei und vier gesehen in der Halle, große Abweichungen? Also dass du sagen würdest, wir mussten was lernen von ATV, Entschuldigung, ESM1 zu 2 und 3 sieht jetzt wieder ganz anders aus. Nee, in der Grundstruktur sind das natürlich alles baugleiche ESMs. Und ich denke, die Frage ist eine gute Frage. Wie ist eigentlich so dieses Konzept entstanden? Man hat ein Triebwerk, man weiß, wie viel Treibstoff eigentlich mitgeführt werden muss. Wir haben acht, fast neun Tonnen Treibstoff an Bord. Du hast vollkommen recht, die Hauptmasse, die wir mittragen, ist am Ende Treibstoff. Und wie gestaltet sich dann eigentlich so ein Design da ringsherum? Und da gibt es natürlich dann immer Randbedingungen und auch, ich sage mal, Erfahrungswerte, dass man schon daran denken muss, dass eine Elektronikbox möglicherweise noch in der grauen Phase, in der Bodenphase ausfallen kann. Und dass, wenn so eine Box ausfällt, muss ich auch noch Zugriff haben. Jetzt ist das bei den riesen Tanks, die man da sieht, natürlich schwierig, wenn ich so eine Box da hinter den Tank packen würde. Damit ergibt sich automatisch die Idee, na, die packe ich ja bitte vor den Tank. Und dann ist die Frage, ich habe ja den Radiator, der quasi das gesamte ESM auch noch irgendwo, ich sage mal, umgibt. Wenn ich aber in die Elektronikbox ran will, was muss ich eigentlich tun, damit dieser Radiator, damit ich den wieder abbekomme? Also es muss ein removable Radiator sein. So ergeben sich natürlich im Laufe des Runterbruchs dieser Anforderungen und des Designs Lösungen relativ automatisch, finde ich, natürlich im Team. Da sind viele, viele Erfahrungswerte, die da einfließen, auch gerade aus den vielen Jahren, die wir jetzt ATV gemacht haben, auch Columbus und jetzt dann eben auch mit dem ESM, das sieht man dann halt dort. Aber wichtig ist, das ESM selbst, ob es ESM 1, 2 oder 3 ist, ist von der Grundstruktur her komplett identisch. Wir haben einige neue Komponenten an Bord, weil wir der Meinung waren, dass in Zukunft die Missionsanforderungen noch mal stärker werden. Das heißt, der Kunde hat uns noch mal ein paar Requirements zusätzlich gegeben und um die dann zu erfüllen, sind einzelne Komponentenequipments ausgetauscht. Das ist quasi einfach so mal in simplen Worten das so dargestellt. Ich bin ja ein totaler Triebwerksfan und für mich auch ein großer Unterschied zwischen ATV und ESM ist dieses Haupttriebwerk, wo du meinst, das kommt aus Shuttle-Zeiten, sogar das erste ist mehrfach geflogen mit dem Space Shuttle. Das hat ja auch eine Schubvektorsteuerung. Wie wird das eigentlich realisiert? Ist das einfach da elektrische Aktuatoren, die das einfach dann hin und her drücken? Genau, genau so funktioniert es. Also du hast das Triebwerk und wir haben auch einige ganz nette Videos mittlerweile, wo man dann den Hula-Tanz sieht, quasi so bezeichnen wir das von dem Triebwerk. Das heißt, wir haben Aktuatorik drin, die entsprechend, das ist eine ganz normale mechanische Aktuatorik, die auch schon beim Shuttle geflogen ist. Das heißt also, wenn wir so ein Triebwerk bekommen, dann gehört zum Triebwerk auch die Aktuatorik dazu, die wir dann in dem ESM so integriert haben, dass sie mechanisch diese Lasten auch aufnehmen können, weil du hast natürlich nicht nur das Triebwerk selbst zu bewegen, sondern dann auch den Schub entsprechend zu lenken. Und diese Kräfte, Kraftwirkungen müssen entsprechend halt auch aufgebracht werden. Und das ist ganz normale mechanische Aktuatorik, relativ simpel. Und wir fahren hier in Bremen immer so ein nettes Pillow, nennen wir das, ab, bevor wir das gesamte Gerät dann ausliefern. Und das ist bis dato immer so ein Highlight auch. Neben natürlich, wir bewegen unsere Solar-Area-Drive-Mechanismen, also da ist eine Menge an Aktuatorik sowieso auch im ESM verbaut, die wir dann halt komplett bei uns auch durchtesten hier natürlich in der Endphase der Integration. Luft- und Raumfahrttechnik ist ja generell, gilt als sehr anspruchsvoll vom Studium, aber auch von der Arbeit. Und man muss sehr viel dokumentieren und das ist schon auch Königsdisziplin unter den Ingenieuren. Nächstes Level Human Flight oder beziehungsweise Human Rated. Und da bewegen wir uns jetzt hier ja und auch beim ATV, es sollte zumindest an die ISS andocken. Das heißt im Prinzip, das Human Rated hat man da irgendwo auch, Columbus-Modul, auch was Europäisches. So viel fehlt eigentlich nicht mehr, um bemenschte Raumfahrt irgendwie in Europa zu machen. Oder beziehungsweise gefühlt ist sehr, sehr viel von dem Know-how, das man dafür braucht, ist da. Könnten wir Europäer, wenn wir uns entscheiden, wir wollen das machen, könnten wir das sofort umsetzen und sagen, wir fliegen jetzt bemenscht? Also ich bin davon überzeugt auf jeden Fall. Also man sieht das, und du hast natürlich vollkommen recht, auch in der Vergangenheit bei ATV, man sieht es jetzt hier ganz speziell auch beim ESM, dieser Human Rated Faktor, dieser Safety Faktor, der auf dem Spacecraft selber natürlich eine immense Rolle spielt, aber natürlich auch auf dem Launcher. Das heißt, der passende Launcher dazu, da geht es ja auch um dieses Human Rated, um diese Safety Aspekte. Da sind wir in Europa, als Gemeinschaft in Europa, auf jeden Fall da, aus meiner Perspektive. Und das sollte unser nächster Schritt sein, auf jeden Fall. Das, was für uns hier im Alltag immer interessant ist, wenn wir über diese Safety Aspekte reden und sprechen, wir haben natürlich nicht täglich diesen Astronauten-Aspekt wirklich im Alltag, aber wir sprechen natürlich schon von Loss of Mission und Loss of Crew, was dann, wenn wir in so einem Gespräch hier beieinander sitzen, dieses Loss of Crew natürlich schon so eine kleine Gänsehaut fabriziert, einfach weil es wirklich um diese Astronauten geht. Und im Alltag sind das dann wirklich Zahlen, Daten, Fakten bei uns, die dann in die Redundanz zurückgekoppelt werden. Und wie viel Redundanz kann ich eigentlich mitnehmen und sollte ich mitnehmen, um nicht auf der anderen Seite in den Konflikt zu laufen, mein Massenbudget läuft halt quasi über oder ich habe mein Powerbudget, das auf der anderen Seite überläuft. Das heißt, diese Balance, die spielen wir natürlich oder müssen wir natürlich auch bringen im Alltag. Und da spielt natürlich die Crew dann schon eine immense Rolle, auch in der Betrachtung und natürlich auch selbst bei uns hier im Alltag, wenn wir, was ich vorhin eingangs sagte, auch unsere, ich sage mal, NASA-Kollegen hier haben, fast jedes Meeting mit NASA findet auch hier mit Astronauten statt. Und das ist natürlich auf der einen Seite immer ein Highlight, auf der anderen Seite ist es schon ein extremer Challenge für uns auch als technisches Team, weil wenn man dann über technische Probleme diskutiert, und das ist der Fall in solchen Runden, und man hat auf der Gegenseite natürlich den Astronauten sitzen, dann ist das schon auch ein extremer Aspekt, auch für uns aus der technischen Perspektive. Aber ja, in Europa, ich bin der Meinung, wir sind auf jeden Fall soweit. Es geht ja in technischen Entwicklungen nicht immer alles glatt. Gab es so Momente, wo, ich sage jetzt mal, nicht das Projekt auf der Kippe stand, oder wo richtig hier Highlight war, wo irgendwie gesagt, okay, wir müssen uns alle auf den Arsch setzen und irgendwie, wir haben jetzt ein krasses Problem, was wir irgendwie mit allen Menschen lösen müssen an dem Projekt? Das Interessante ist, dass, wenn man in so einem Programm arbeitet, natürlich häufig solche Situationen vorbeikommen. Das in unterschiedlichen Facetten, das sind manchmal einfache, simple Themen. Wir haben ein Design-Review zu bestehen, und wir sind vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig da, und haben dann doch nochmal All Hands an Deck, um dann auch unsere Papier, unsere Aktenlage irgendwie in Ordnung zu bringen. Aber das sind dann halt natürlich auch Dinge, wo wir in die Testkampagne gehen, und wir in Whitesense zum Beispiel unser Population-Subsystem getestet haben, Hotfire, und wir sehen Probleme dort, die da auftreten, und die Kollegen, die dann mit NASA in dem entsprechenden Testbunker sitzen und die Test begleiten, die brauchen halt Hilfe oder Unterstützung. Da heißt es dann auch, komm, lass uns eine kurze Gruppe formieren. Und das sind halt so Situationen, die nicht einmal auftreten, die passieren schon häufiger. Und das ist auch so eine gewisse Normalität natürlich dann auch, weil dafür sind wir da, auch diese Themen dann anzugehen und dann auch Lösungswege nach vorne zu identifizieren und die dann auch zu implementieren, genau. Wir sind ja beide Ingenieure. Gibt es ein System oder ein Kniff oder eine Entwicklungsteil am ESM, wo du besonders stolz auf bist oder was dich richtig fasziniert, wo du denkst, das ist irgendwie was ganz Besonderes? Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge. Ich glaube, wir sind relativ stolz darauf, dass wir im Propulsion-Bereich zum Beispiel das Design so umsetzen konnten. Wir haben vorhin über die Tankgröße gesprochen, über das Volumen an Treibstoff, was wir mitnehmen, wo wir dann technisch wirklich darüber reden, dass so eine Tank sich natürlich auch anfängt zu bewegen, während des Aufstiegs aus Temperaturgründen und sonstigen Sachen. Und in dem gesamten Vehikel im Propulsion-Bereich sind keine Flexible Lines verbaut. Das ist natürlich eine Frage, wie setzt man das halt bei relativ starren Rohren dann um? Und da haben wir gute Lösungen gefunden. Das hat uns alle stolz gemacht damals. Das war schon knifflige Aufgaben. Aber das sind natürlich auch dann so simple Sachen, dass wir da am Ende an den Solar-Array-Generatoren kleine Kameras für NASA noch anbringen, die dann vierfach sozusagen nachher ausgerüstet sind und die dann über eine Wi-Fi-Kommunikation zum Beispiel direkt auch mit dem Crew-Modul kommunizieren. Und da freuen wir uns dann auf die schönen Bilder nachher, die wir dann vom Mond sehen oder vielleicht vom Spacecraft. Das ist super wichtig. Ich meine, YouTube und wenn du heute kein Bild davon gemacht hast, ist es nicht passiert. Und ich sage dir, da werden einige schöne Bilder auf uns zukommen. Da freue ich mich drauf, ganz toll. Mir sind so die Bilder von der Übertragung der Mondlandung von Apollo 11, wo ja wirklich, wenn man sich ansieht, was an Pixeln rausgegangen oder an Körnigkeit. So viel hat man eigentlich gar nicht gesehen. Ich glaube, das wird diesmal viel, viel besser. Ich kann es kaum erwarten. Also Apollo ist für mich ein Riesenprogramm und ich finde es abgefahren, dass ich jetzt dabei sein darf und meine Zuschauer auch damit dabei sein dürfen, dass wieder Menschen zum Mond fliegen. Und erste Frau, wieder ein Mann, hoffentlich wir Europäer auch. Und dass wir damit live dabei sein können. Und gibt es vielleicht so einen Moment, also ich bin fest davon überzeugt, dass das passieren wird, aber was darüber hinaus, was du denkst, was passieren wird oder was du unbedingt noch miterleben möchtest, was in der Raumfahrt passiert, was so denkst du denn, das wäre richtig abgefahren? Auf jeden Fall. Also jetzt natürlich ist der nächste Schritt, wir wollen alle Artemis 1 fliegen sehen. Wir sind alle trainiert an den Konsolen, also viele unserer Ingenieure auch. Wir werden dann in Houston Platz nehmen an den Konsolen mit NASA zusammen. Das ist so der nächste Schritt, aber natürlich darüber hinaus, dass wir dann wirklich, wie du sagst, Frau, Mann, Astronautin, Astronauten wieder auf dem Mond sehen. Und für mich ganz besonders wäre natürlich der Mars, dass wir den dann auch noch relativ zeitnah erreichen, sodass wir alle noch auch erleben, dass die nächste Mission Richtung Mars geht und dann die Marsbesiedlung auch wirklich so beginnt, wie wir das alle uns ertreuen. Ja, das wäre so ein Highlight. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super spannend und ich wünsche dir, dass die Sachen, die du dir noch erhoffst, dass du die noch miterleben kannst oder dass wir die mit dabei sein dürfen und im besten Fall sogar daran teilhaben dürfen und mitarbeiten dürfen, dass die in Erfüllung gehen. Und vielen, vielen Dank und das hoffe ich, dass es bald war. Ich danke dir und ich wünsche deinen Zuschauern und uns allen natürlich schöne Bilder dann von der ersten Artemis-Mission und auch natürlich von der zweiten und von den weiteren. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke dir.